Hallo und herzlich willkommen im Fluxana Labor. Mein Name ist Konstantin Brändkens und ich bin heute hier, um Ihnen etwas über das neue Fluxa-Training-Set zu erzählen. Dieses Set dient dazu, eine Kalibration auf dem Röntgen-Floreszenz-Spektrometer zu trainieren und wird von uns auf der neuen Fluxamina-Plattform betreut. Im folgenden werden wir uns einige Details dazu mal ansehen. Dazu besuchen wir fluxamina.de, loggen uns ein und klicken auf den Kurs. Das Fluxa-Set besteht aus 15 Proben, die wir benutzen, um folgende Kalibrierkurven zu erstellen. Auf der Fluxamina-Plattform ist genau beschrieben, wie dies zu tun ist. Die einzelnen Fluxa-Kurse erklären Schritt für Schritt die Vorgehensweise für verschiedenste Spektrometer. Der Kurs thematisiert unter anderem das Anlegen und Optimieren der Messkanäle, die Eingabe und die Messung der Kalibrierproben, sowie die Kalibriergeraden für jedes Element im Detail. Nach Abschluss des Schritt-für-Schritt-Kurses sollten Sie mit allen Details der Software vertraut sein. Für Fragen stehen wir Ihnen im Forum oder auch persönlich gerne zur Verfügung. Details zum Fluxa-Set finden Sie auf der Fluxama-Homepage www.fluxana.de.